Moin Moin, mein Name ist Vesarius und ich habe einen Geisterkaktor mit dabei. Heute zeige ich euch 5 Tipps, wie ihr euren Handwerker in Final Fantasy XIV leveln könnt, so dass ihr bis zum nächsten Mal auch bereit seid. Springen wir mal rein, schauen wir mal was, wie es ihr da macht. Willkommen zu diesem Video zum Leveln der Handwerksklassen in Final Fantasy XIV. Das Handwerk ist in diesem Spiel äußerst nützlich und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu leveln, weil ihr euch damit eure eigene Ausrüstung herstellen könnt. Ihr könnt Möbel bauen, ihr könnt euch richtig knorkige Sachen zusammenschrauben. Allerdings, auch hier muss man natürlich ein bisschen was lernen. Man muss ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Erfahrungspunkte sammeln? Nein. Doch, das misst ihr, aber das ist auch gar nicht so schwierig. Mit diesen 5 Tipps kriegt ihr das locker hin. Und zwar, der 5. Tipp, das ist das, was ihr auf jeden Fall immer mitnehmen solltet. Nehmt eure Quests mit. Macht die Handwerksquests. Macht sie auf jeden Fall, denn die sind super wichtig. Die bringen euch auch ab einer gewissen Stufe ordentlich Erfahrungspunkte, auch immer hier zu sehen an diesem blauen Symbol mit dem Plus. Vernachlässigt das nicht, denn ihr kriegt dadurch Handwerksfertigkeiten. Fertigkeiten, ihr wird euch alles ein bisschen leichter gemacht und dadurch könnt ihr das richtig fix leveln. Und auch die Gegenstände besser herstellen. Denn ihr möchtet nach Möglichkeit sehr, sehr viele Gegenstände herstellen, weil ihr dadurch auch zusätzliche Erfahrungspunkte bekommt. Wenn man jetzt hier mal schaut, ich könnte mir, Gagana-Leder habe ich mir hergestellt. Da gab es ordentlich fürs erstmalige Herstellen Erfahrungspunkte. Und wenn man jetzt hier die Liste weiter runter klickt, was man so alles bauen kann, dann seht ihr, ist da eine Menge Erfahrungspunkte, die man zusätzlich zum normalen Herstellen der Gegenstände kriegen kann. Nehmt das mit. Was könnt ihr noch machen? Ja, investiert einfach ein paar Minuten am Tag in die Handwerks-Dailies. Die Handwerks-Dailies müsst ihr freispielen von den wilden Stämmen. Das wären zum einen die Namamizen, sage ich immer ganz liebevoll. Die Fischköpfe von Stormblood, da könnt ihr auf jeden Fall ordentlich Erfahrungspunkte abgreifen. So bummelig eine Million pro Quest, das steigt natürlich mit steigendem Level. Das ist auch immer angepasst an eure derzeitige Handwerkerstufe. Falls ihr bei einem Beruf mehr Probleme habt, dann priorisiert ihr das ein bisschen und könnt dadurch auf jeden Fall recht schnell Erfahrungspunkte sammeln. In Saigetsu, bei dem kann man das ja annehmen, wenn man das erstmal freigespielt hat. Und man muss natürlich die Hauptstory ein bisschen fortgeschritten sein und die Nebenquests dafür erledigen. Aber auch das lohnt sich definitiv. Es gibt noch mehr als nur die Fishies hier. Es gibt natürlich auch noch die Mogris beim Kreidetempel in Dravania und Wallende Nebel. Da kann man eine sehr, sehr schöne Questreihe auch freispielen. Auch hier findet ihr im 50er-Bereich sehr, sehr viele Erfahrungspunkte, die ihr da kriegt. Müsst ihr einen kleinen 2-3 Minuten mehr Aufwand betreiben. Aber auch das lohnt sich definitiv allemal. Dann gibt es noch die Ixal. Die Ixal könnt ihr auch machen. Die befinden sich... Ich habe das fast schon ein bisschen verdrängt, aber die Ixal sind etwas komplizierter. Da müsst ihr ein bisschen mehr machen. Das ist auch gar nicht so einfach. Da portet ihr euch zum Herbst-Kürbissee, habt dort hier in Ekattel, könnt ihr dann auch eine Questreihe starten, mit der ihr die Ixal-Quests machen könnt. Das ist für Low-Level-Handwerk pre-50. Definitiv nehmt das mit. Das gibt nochmal einen ordentlichen Schwung Erfahrungspunkte auf der entsprechenden Stufe für geringe Zeit. Für eine geringe Zeitansatz. Was kann man noch machen? Der dritte Tipp, den ich euch da geben kann, ist auch recht einfach. Das ist einfach... Sind Freibriefe. Freibriefe, easy. Sagt man sich, denkt man, oh, das kann man machen. Das ist gar nicht weiter so schwierig. Ich zeige euch mal, was ich jetzt herstellen müsste im 60er-Bereich, um diesen Beruf des Gerbers auch auf Level 70 hoch zu peitschen. Das Prinzip ist bei allen Freibriefen dasselbe. Das gibt es alle fünf Stufen am Anfang und später mit Heavenspot und Stormblood alle zwei Stufen. Da kann man dann sich einen Freibrief raussuchen, der relativ einfach herzustellen ist. Das habe ich hier auch gemacht beim Gerber. Da kann ich mir herstellen, Leder der Accessoire. Das heißt, die Queste, die gibt eine Million Erfahrungspunkte bummelig. Ein Yuki-Lederarmband hat nicht so viel Voraussetzung. Das ist ein Stufe 63er-Rezept. Da muss man ein Yuki-Leder für herstellen. Und kann dann wunderbar diese Armbänder zusammenschrauben. Und nach Möglichkeit macht ihr das in hoher Qualität. Schaut, dass ihr immer eine aktuelle Ausrüstung anhabt. Denn wenn ihr es in hoher Qualität abgeben könnt, kriegt ihr die doppelte Erfahrungspunkte-Menge. Und könnt dadurch mit zwei, drei Gegenständen, vier, fünf Gegenstände später ein Level schaffen und das fertig machen. Das ist der dritte Tipp. Der zweite Tipp, der sich auf jeden Fall megamäßig anbietet, das sind die Liefereinsätze. Die Liefereinsätze sind auch ganz einfach zu machen. Strg-P ist ein kleiner Shortcut. Ich hoffe, das hilft weiter. Und, nee, mit dem will ich nicht reden. Aber wir wollen uns die Liefereinsätze angucken. Die Liefereinsätze sind super, super, super Knorkel. Denn mit den Liefereinsätzen könnt ihr hier jeden Tag, es wird immer um 22 Uhr resetet bei uns in Europa, Sachen abgeben. Da, wo ein Sternchen dran ist, wenn ihr es in hoher Qualität abgebt, kriegt ihr wieder viel mehr Erfahrungspunkte. Und das gehört auch noch zusätzlich dazu zur aktuellen Agenda, wo es dann auch wieder Erfahrungspunkte gibt. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie weit ihr mit dem Handwerk seid. Wenn ihr Material überhabt, wenn ihr sowieso am Farmen gewesen seid, bastelt die Sachen zusammen, kauft sie nicht vom Marktbrett, spart ihr ein paar Geld dabei und könnt auch noch ordentlich Erfahrungspunkte abgreifen. Die aktuelle Agenda gehört natürlich auch in gewisser Art und Weise noch mit dazu. Also es gibt hier schon mal beim Gerber jetzt eine Million Erfahrungspunkte. Dafür, dass wir 20 Akku-Gegenstände herstellen oder 30 mal ganz normale Gegenstände. Ein bisschen sammeln gehört auch mit dazu. Gibt dann für die Sammler halt Erfahrungspunkte. Dann der nächste Tipp, den ich euch da geben kann, ist die aktuelle Agenda und die 12 Wunschlieferungen. Die aktuelle Agenda, das habe ich ja jetzt vorhin schon einmal mit angerissen, aber da kann man auch noch mal ein paar EPs abgreifen. Viel interessanter ist allerdings hier ganz, ganz, ganz wichtig, die Wunschlieferungen. Mit den Wunschlieferungen könnt ihr einmal pro Woche jeweils sechs Sachen abgeben bei zwei eurer Wahl. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, zwölf Wunschlieferungen zu erfüllen und könnt die super, super einfach herstellen, sobald ihr das nötige Equipment habt. Ab Level 50, 60 bummelig geht das am einfachsten bei Chloe, Chloe heißt sie, ne? Chloe heißt sie, Chloe, die ID Chloe. Da müsste man jetzt östliche Antiquitäten herstellen, auch ganz einfach eigentlich an dieser Stelle. Da gibt es einen zentralen Ort, wo man sich hinporten kann. Und das ist in Eosea, das heißt Frohe Halde, also ihr müsst dann natürlich auch schon ein bisschen gespielt haben, portet euch dahin, könnt euch die Sachen kaufen. Ihr müsst ab, sobald ihr das benutzen könnt, müsst ihr euch die Sachen nicht irgendwie vom Marktbrett runterkaufen oder so. Die kann man sich ganz einfach selber herstellen, indem man zu den Wunschlieferanten Boys läuft. Da hinten sind sie, da die Wunschlieferungen, da kann man einmal hinrumpeln. Fette Katze, 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 Katze. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die zwölf pro Woche solltet ihr machen, ist nicht ganz da drin. Hier ist eine Händler-Ecke mit einer Materiallieferantin, die muss ja Zeug ja auch irgendwo mal wieder loswerden. Und dann kann man sich hier die ganzen Komponenten kaufen in der nötigen Anzahl, um das dann herzustellen, um ordentlich Erfahrungspunkte abzugreifen. Dasselbe natürlich auch für die Stormblatt-Handwerksgeschichte. Da sind die Rezepte allerdings ein bisschen höherwertiger und schwieriger herzustellen. Nichtsdestotrotz, ihr kriegt auf jeden Fall viele Erfahrungspunkte. Je mehr Sammlerwert ihr erreicht, desto mehr Erfahrungspunkte. Und Scheine, Gelbe, Rote bekommt ihr. Wenn ihr am Leveln seid, kriegt ihr eh nur Rote. Und das kann man wieder in Ausrüstung reinvestieren. Bietet sich an. Ist eine sinnvolle Möglichkeit, das zu tun. Und last but not least, der letzte Tipp. Der ist ganz einfach. Easy mit. Macht das einfach alles zusammen. Alles kombinieren miteinander. Jeden Tag immer ein bisschen was machen. Nicht die Geduld verlieren. Einfach leveln. Ganz, ganz gemütlich. Da durchlaufen. Ihr braucht fürs Handwerk, braucht ihr ein bisschen mehr Zeit. Aber nichtsdestotrotz, der stetige Tropfen hüllt ja wieder bekanntlich den Stein. Und dadurch kommt ihr dann irgendwann eines Tages tatsächlich mit euren ganzen Klassen auf Level 70. Könnt mit recht gutem Equipment euch noch weitere Sachen basteln. High-End Equipment zusammenschrauben. So, dass ihr auch im PVE nicht den Anschluss verlieren werdet. Und falls euch Erfahrungspunkte fehlen, bietet es sich natürlich auch an, noch zusätzlich einmal Handwerksessen zu fordern. Dann dazu zusätzlich noch die Gesellschaftsleitfäden sich zu besorgen. Ihr erhaltet auch über Quests neue. Ihr könnt euch bei der staatlichen Gesellschaft dort einkaufen mit anderen Rollen, die aber genau denselben Effekt haben. Denn ihr kriegt dort mehr Erfahrungspunkte. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Video. Wenn es dir gefallen hat, schau einfach nochmal auf meine anderen Videos. Lass einen Daumen nach oben da oder komm auf den Subscribe-Train drauf. Hammer, coole Sache. Falls du Live-Fragen hast, ich streame immer Dienstag, Donnerstag und Samstag Final Fantasy auf Twitch. Channel-Infos und Infos über Social Media findest du unten im Bereich. Coole Sache, klick mal drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls du aber auch noch einen Kommentar darlässt, knorke Sache, Mann, da gibt es auf jeden Fall eine Handwerker-Fist für. See ya. Stay tuned.